Visual Studio Code ist ein Text Editor. Das ist eine Software, die das Schreiben von Code erleichtert. Ich habe mit Visual Studio Code gute Erfahrungen gemacht. Es ist ein im Moment sehr populäres Tool. Es wird von Microsoft hergestellt. Wenn du lieber etwas anderes benutzen möchtest, gibt es eine ganze Reihe wahrscheinlich ebenbürtiger Software. Ich bin hier auf der Website von Visual Studio Code, habe es bereits heruntergeladen und installiert, aber hier gibt es einen Screenshot, den ich noch gut finde, weil er gleich einige Features thematisiert. Also ich sehe hier, dass Code geschrieben wurde und dass eine Auflistung verschiedener Wörter gemacht wird, die mit D beginnen. Das ist ein Beispiel für Syntax-Vervollständigung. Das heisst, währenddem ich schreibe, macht mir die Software Vorschläge, die in diesem Zusammenhang Sinn machen und ich kann mit den Pfeiltasten einen davon auswählen und dann mit der Tabulatortaste vervollständigen. Das ist angenehm, wenn ich zum Beispiel nicht mehr weiss, wie ich etwas schreiben muss und es vermeidet auch Tippfehler. Im unteren Bereich sehe ich ein Terminal-Fenster. Das ist nicht etwas, was normalerweise geöffnet ist, aber es ist gut zu wissen, dass ich auf ein Terminal zugreifen kann. Das ist ein Kommando-Zeilen-Interface, wo ich direkt Text-Kommandos ans Betriebssystem geben kann oder wo ich Software starten kann. Und dann sehe ich hier eine Auflistung von Plugins. Das bedeutet, dass ich aus der Software heraus direkt Zusatzfunktionen suchen und installieren kann, die mir beim Programmieren helfen können. Ich schliesse jetzt diese Website und wechsle in den Text-Editor. Und hier werde ich Plugins zeigen, die du installieren kannst und einige Voreinstellungen machen. Ein eigentliches Code-Projekt setze ich dann in einem zusätzlichen Video auf. Das ist die Willkommensseite, die wird angezeigt immer, wenn du ein neues Fenster aufmachst. Du kannst mehrere Fenster gleichzeitig offen haben, mehrere Code-Projekte gleichzeitig bearbeiten in separaten Fenstern. Wenn du hier diesen Haken wegnimmst, dann kommt das nicht mehr. Du kannst es auch hier oben links zumachen. Wenn du es wieder einblenden möchtest, kannst du im Hilfe-Menü Welcome auswählen und dann ist es wieder da. Hier im Hilfe-Menü gibt es übrigens auch einen Link auf eine Website mit Videotutorials. Das kann ich sehr empfehlen, wenn du etwas mehr Allgemeines zur Verwendung dieser Software wissen möchtest. Ich gehe jetzt hier nur ganz grob das Interface durch. Auf der linken Seite hier gibt es ein paar Knöpfe. Den untersten siehst du wahrscheinlich nicht, weil der gehört zu einem Plugin, das ich gleich zeigen werde. Den zweituntersten benötigst du wahrscheinlich ebenfalls noch nicht. Das ist das Interface zur Software Git und zur Plattform GitHub, das wir zu einem späteren Zeitpunkt anschauen werden. Dann gibt es Extensions, das sind die Plugins, eine Suche und den Explorer, der die geöffneten Dateien zeigt. Immer wenn ich auf so einen Knopf drücke, geht eine Seitenleiste auf. Der Explorer, der möchte jetzt zum Beispiel, dass ich einen Ordner öffne oder dass ich von GitHub ein Code-Projekt installiere. Das mache ich beides nicht und ich suche auch nichts, aber die Suche, die erlaubt mir, in einem Code-Projekt mehrere Dateien gleichzeitig zu durchsuchen oder auch Begriffe auszutauschen. Was wir machen ist, wir schauen uns die Plugins an und da sehe ich, was bereits installiert sind. Das sind zum Beispiel so Farbschemen, die meine Code-Seiten auf unterschiedliche Art und Weise einfärben. Aber ich suche hier ein Plugin, das heisst Live-Server und da gibt es verschiedene Optionen. Das, was wir installieren, das heisst Live-Server und ist geschrieben von Ritwick Day. Und das ist ein Plugin, das die Arbeit mit HTML, CSS und JavaScript-Projekten erleichtert. Es öffnet einen Ordner mit HTML-Dateien direkt im Browser und jedes Mal, wenn ich speichere, sendet es ein Signal an den Browser, der die Seite aktualisiert. Das ist eine grosse Erleichterung, dann muss ich das nicht immer von Hand machen. Also das würde ich mal installieren. Es wird hier bei dir einen blauen Knopf geben, der Install heisst und da kannst du draufdrücken. Vielleicht wird auch vorgeschlagen, dass du dann die Software neu startest, um das Plugin zu aktivieren. Damit kannst du aber warten, bis du alles fertig installiert hast. Was wir auch benötigen, ist ein Plugin namens Live-Share. Das kommt direkt von Microsoft. Auch hier solltest du einen blauen Knopf zum Installieren sehen. Dieses Plugin erlaubt ist, dass du mit anderen Leuten dich übers Web verbindest und dann kannst du mit anderen Leuten gleichzeitig an den gleichen Dateien arbeiten. Das ist für uns nützlich, weil wenn du Support brauchst, dann können wir uns verbinden und ich sehe sofort, was du bei dir geöffnet hast und was du geschrieben hast und kann auch gleich selber hineinschreiben. Das ist Live-Share und dann gibt es ein Plugin namens Prettier. Das ist optional. Das ist ein Formatierer. Das sorgt dafür, dass auf Knopfdruck alle Eindrückungen korrigiert werden oder dass uneinheitliche Schreibweisen angeglichen werden und so weiter. Das räumt einfach deinen Code auf Knopfdruck auf. Das kann ich empfehlen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Und dann gibt es ein P5-Plugin. Da gibt es ganz viele. Wenn du nur P5 suchst, das, was ich suche, heisst P5.VS-Code. Abgekürzt Visual Studio Code. Und das ist von Sam Lavinia. Das hat eine Option, die auf Knopfdruck ein neues P5-Projekt öffnet, ohne dass du die P5-Dateien herunterladen und installieren musst und so weiter. Das ist einfach eine Erleichterung. Aber es ist nicht unbedingt etwas, was du brauchst. Kann ich aber empfehlen. Soviel zu den Plugins. Wenn du die alle installiert hast, musst du wahrscheinlich Visual Studio Code schliessen und neu öffnen, dass die aktiv werden. Unter anderem solltest du dann zum Beispiel unten rechts diesen Go-Live-Knopf von Live-Server sehen. Und hier auf der linken Seite diesen Live-Share-Button. Wenn du das Live-Share-Plugin benutzen möchtest, wirst du wahrscheinlich ein GitHub-Konto brauchen. Aber das kannst du dann installieren und einrichten, wenn es soweit ist. Das musst du nicht unbedingt jetzt machen. Soviel zu den Plugins. Ich schließe jetzt diese Seitenspalte wieder und klicke diese beschreibenden Seiten weg. Jetzt gehe ich noch in die Einstellungen und mache dort zwei, drei Haken rein bzw. Haken weg, die dir hoffentlich das Leben erleichtern. Ich gehe hier auf den Menüpunkt Code und öffne dort unter Preferences die Settings. Übrigens fällt mir jetzt gerade noch ein, weil bei mir alles Englisch ist, muss ich vielleicht erwähnen, dass es bei den Plugins eines gibt, das heisst German Language Pack. Ebenfalls von Microsoft und das ist einfach die Übersetzung des gesamten User-Interfaces auf Deutsch. Das ist vielleicht auch noch eine Erleichterung. Ich lasse es bei mir häufig auf Englisch, weil es mir dann die Suche erleichtert, wenn ich online irgendeinen Menüpunkt oder eine Option suche und dann nicht nur auf die deutschen Begriffe beschränkt bin. Also ich gehe auf Code und auf Preferences und dort in die Settings und dann sehe ich hier in der rechten Spalte die Benutzereinstellungen. Die Pluginspalte schliesse ich. Und das ist eine sehr lange Liste. Um hier schneller vorwärts zu kommen, gibt es ein Suchfeld, das wir gleich benutzen. Aber gleich hier kannst du übrigens die Schriftgrösse und den Font anpassen, wenn du das möchtest. Und hier die Anzahl Leerzeichen, die eingerückt werden sollen, wenn du auf die Tabulatortaste drückst. Das sind so die ganz einfachen, wichtigen Einstellungen, die vielleicht zu Beginn Sinn machen. Und ebenfalls eine Einstellung, die du machen kannst, ist Autosave. Das findest du unter File. Ich habe hier einen Haken bei Autosave gemacht. Das heisst, immer wenn ich etwas eintippe, dann wird die Datei sofort aktualisiert und gespeichert. Das ist gerade im Zusammenhang mit HTML, CSS und JavaScript eine grosse Erleichterung. Darum würde ich das aktivieren. Und hier lässt sich offenbar einstellen, wie schnell das Speichern ausgelöst wird. Ich suche mit dem Textfeld eine Einstellung namens Security Workspace Trust. Dabei geht es darum, dass als Grundeinstellung eingerichtet ist, das Visual Studio Code immer eine Sicherheitsfrage stellt, wenn ich einen Ordner öffne. Es fragt mich, ob ich den Autorinnen und Autoren dieses Ordners vertraue und ob ich etwas wirklich öffnen will. Und es ist unangenehm und unnötig, wenn ich mit Code-Projekten arbeite, die bei mir selber auf dem Computer liegen und die ich selber geschrieben habe. Und ich will nicht jedes Mal einen Klick machen müssen, um anzugeben, dass ich mir selber traue. Darum würde ich vorschlagen, hier diese Option zu deaktivieren. Das ist Security Workspace Trust Enabled. Und da unten gibt es einen Haken, den ich wegnehmen würde. Es gibt hier auch verschiedene andere Einstellungen. Vielleicht sieht das bei dir etwas anders aus. Du kannst das so einrichten, wie das bei mir hier steht. Dann gibt es eine weitere Einstellung, wo es um die Syntax-Vervollständigung geht. Und zwar heisst das Accept Suggestions. Und da gibt es Commit Character und Enter und ich würde beides deaktivieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eher störend ist und dass es die Texteingabe stören kann, wenn das angeschaltet ist. Das ist alles zu den Grundeinstellungen. Alles andere zeige ich in einem nächsten Video.